Heute schauen wir uns eure Setups an. Boah, Junge, er hat irgendwie halbe Studio bei sich. Dunkle, Non-RGB-Setups, immer nicht schlecht. Okay, also das sieht okay aus, ne? Es reicht aus. Zwei Bildschirme. Ich frag mich nur, wieso man seine Taskleiste nach links macht, aber das ist deine Sache, ne? Und die LEDs sind besser als bei mir, muss ich ihm lassen. MF hat einen Laptop, das ist, glaube ich, also das ist ja komplett unten durch. Was ist das denn? Schiefe Tastatur ist bestimmt jetzt nicht extra. Es ist ja auch nur ein Urlaubs-Setup. Was ist das? Was ist das da oben? Tennisschläger oder was? Übelst unordentlich hinten alles. PC ist ein, das ist irgendwie so ein Office-PC aus 2005 und der hat Setups schief. Spielt der so oder was? Tastatur, verdreckt. Gibt es irgendwen, der keine verdreckte Tastatur hat? Ich. Sauber. Ich bin so ein Idiot, Alter. Ich wollte es rausmachen, es geht in meine Augen. Also er hat eine cleane, weiße Tastatur, die sieht echt geil aus. Plastik-Mousepad, gefällt mir nicht. PC auf Tisch, ist okay, würde ich auszumachen. Landkarte, Erdkunde Andy, Geogaster Pro, Lego. Dann hat er hier so eine Lampe. Digga, was ist das für eine Zeichnung? Das sieht aus wie Adolf. Wofür ist das Messer, Bro? Willst du irgendwie uns was hier beichten? Was steht hier auf der Liste unten rechts? Sticky Piston, Comparator, Chest. Er hat sich Notizen für sein SMP gemacht. Ein wahrer Crafter nenne ich das, ein wahrer Crafter. Okay, das ist sick, passt auf. Wandhalterung, iPad, Blumen, Blumen, Blumen. Das könnte ein Mädels-Setup sein. Ey, das passt alles perfekt. Cooles Setup. Kamera einfach so an der Wand. Er hat ein Bildschirm vorne und den anderen hat er einfach so im anderen Zimmer so. Moment kurz, Chat. Äh, ja. Hallo, was geht's? So, hä? Warum? Das ist Mini. Das ist ja einfach Mini-Setup. Warte, nein. Da ist nicht deine Uhr. Du hast deine Uhr unter deinem Bildschirm hängen, obwohl da unten bei Windows die Uhrzeit steht. Okay, also erstmal organisiert, aufgeräumt. Ne, also ich denke, ich denke, das ist eines der Top-Setups bisher. Das sieht richtig cool aus. Kabelmanagement geht besser, muss ich sagen, aber es sieht cool aus. Okay, Anime Andy. Drei Bildschirme. Nicht symmetrisch, mag ich nicht so, ist aber okay. Sakura ist ein cooles Setup. Er hat das Bassi-Gerge-Mauspad, die Bassi-Gerge-Maus, die Bassi-Gerge-Tastatur, Bassi-Gerge-Cosmetics auf dem Wallpaper. Er hat alles Bassi-Gerge. Digga, er hat sich wahrscheinlich wecker gestellt, als die Cosmetics rauskam, hat eine Party bei sich zu Hause geschnitten, äh, geschmissen. Extra aufgeräumt. Naruto, shut the f*** up. Ja, guckt euch das an. Guck mal, man sieht hier so richtig, wie er es reingefotoshoppt, mein Stream. Da haben wir dein Setup nochmal in Größe, hä? Hey, heftig, Naruto, wirklich, richtig gut. Also erstmal, XQC, Despair als Hintergrund. Warum hast du deine Taskleiste oben? Wer macht sowas? Welcher NPC? Dann, Norman-Mikrofon, höhenverstellbarer Schreibtisch. Sieht aus wie aus dem Chemieunterricht, aber ist okay. Das auf dem Boden ist egal, ignoriert das einfach. Was ist denn das jetzt? Hä? Erstens, spielst du so? Zweitens, was ist das auf dem Boden? 100-Zoll-Monitor. Eine Weltkarte, damit du noch weißt, wo du bist. Wo sitzt du überhaupt? Ist das dein Router? Das ist nicht dein WLAN-Router da unten. Oh, das sieht cool aus. Der Kollege hat ein Weltraumloch in seiner Wand. Ist kreativ. Das gefällt mir. Er hat hier irgendwie Sonden. Er ist wahrscheinlich ein Weltraum-Fan. Wer legt sein Headset so komisch hin? Niemand. So, Bullet, dein Setup. Bob, on God. Reefed und Tian auf dem Bildschirm offen. Prioritäten muss man setzen. Reefed ist auf dem Main-Bildschirm. Nein. Eine fette Fußablage. NASA-Zentrale. In der Ecke, richtig schön im Dachboden. Im Sommer wird es richtig kuschelig. Kabelmanagement on point. Schlüssel für seinen Zweitwagen. LED-Lautsprecher. Links irgendwie Kühlschrank oder so. Richtig cooles Setup. Eines der besten bisher, weil es echt sehr gut ausgestattet ist. Okay, Schlafsack. Switch-Controller auf Cozy angelehnt. Skateboard aus der Schule. Die Schatulle Pandoras. Was ist das denn? Digga, der hat kein Mauspad. Monitor aus 1975. Kein Mauspad. Maus fällt fast runter. Links Tastatur. Goofy-Ass. Ich dachte, das wäre von Google. Aber das hier ist nicht von Google. Ich weiß, dass der so ein Setup hat. Fette. Ich weiß nicht, was Wand, die ziemlich cool aussieht. Und überall LEDs. Bett direkt neben dem PC, damit er Eat Sleep Game Repeat machen kann. Er lebt einfach seinen Traum, der Typ. Bis jetzt, glaube ich, das beste Setup, was wir jemals hatten. Wow! Nanoleaves! PC rechts. Ein Bildschirm. Digga, er hat Nanoleaves, aber hat einen Bildschirm. Ich kann es nicht fassen. Nanoleaves. Ein riesiges Stream-Deck. Irgendwie, was weiß ich, was das ist. Slots auf dem Mini-Ipad. Aber das gefällt mir. Ist halt ein sehr, sehr krasses Setup. Muss man einfach sagen. Also, Milans Setup. Er hat erstmal hier irgendwie einen Teppich. Der sieht aus wie aus einem Kinderzimmer. Aber, ey, ich respektiere das. Er hat Windows-Background, den standardmäßig. Ist okay, akzeptiere ich. Es sieht sehr clean aus. Eines der besten Setups bisher. Kann man nicht viel zu sagen. Erstmal, Trimax oder Speed. Einer von beiden ist es. Bro, du willst mir jetzt nicht sagen, dass du so spielst. Ist das dein Ernst gerade? Deine Maus ist vor deiner Tastatur? Zockt der so, oder was? Also, er hat hier auf jeden Fall viel Technik vor sich. Ist immer nice. Wie geil! Er hat drei exakt gleiche Monitore. Perfekt aneinander. Richtig satisfying. Clean. Er hat über viel Platz. Er legt seinen Schmuck auf sein Setup. Sorry, nur du. Erstmal, Yo-Gi-Yo-Karten. Oh, Digga, ein Gamer. Er hat eine Gamecube. Switch. Georgs. Die Schuhe zum Leuchten. Das Mausplatz sieht ein bisschen sass aus. Aber ansonsten hätte ich gerne früher gehabt in seinem Alter. Wie cool ist das bitte? Er hat hier links, rechts, oben, rechts, links, unten. Überall Schaumstoff. Dreieck-Illuminaten-Setup. Fenster. Was zugeklebt ist. Richtiger Gamer. Hexenhaus-Setup. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus, das Setup. Ist ein bisschen klein, aber fein. Sophia Broski. Dieses Setup ist so ein typisches Mädels-Setup. Passt auf. Blümchen. Parfüm. Bücher. Katzenohren-Headset. Lila. Pink. Ein Designer-Stuhl. Hier ist Gleitgel unten. Keins dieser Bücher wurde jemals gelesen. Weißer und schwarzer Monitor. Wack. Du musst eine Farbe, musst du dich auch schon drauf einigen. Hashtag Mod-Setup. NASA-Zentrale. Keylights. Bildschirm. Bildschirm, Bildschirm, Bildschirm. Stream Deck. Bump. Ist halt irgendwie alles ein bisschen zu vollgepackt, finde ich, für meinen Geschmack. Also erstmal Fernseher-Dings. Cool. Malibu. Digga, ist ein Alkoholiker. Er hat schon wieder Alkohol. Hier zwei Flaschen-Dings stehen. Tastatur. Übel geil beleuchtet. Gefällt mir. Staubsauger. Auf dem Bildschirm. Äh, Staubsauger auf dem Tisch oder was? Was ist das denn? MLG-Brille oben. Top. Nano-Leaves. Drei Bildschirme. Fenster als Hintergrund. Er hat seine Schuhe auf seinem Tisch. Sehr cool. Ich weiß nicht, ob Fenster man selber streamt. Wenn ja, cooles Setup zum Streamen. Joppel-Dopper-Setup. Cineplex-Gutschein. Stundenplan. Cool. Rettungsschwimmer. Macher. Großes Mauspad. Genügend Armfreiheit. Holztisch. Halterung für irgendeinen Stecker. Er hat einen guten ergonomischen Stuhl. Zwei Bildschirme. Das kann man machen. Zwei Bildschirme. Coole Wand. Lautsprecher. Mikrofon. Headset. Vier SD-Karten, wie es sich für einen Fotografen gehört. Tastatur ein bisschen weit weg, finde ich weird. Aber wahrscheinlich nicht so der Gamer einfach. Was auch immer das hier da unten ist. Keine Ahnung. Das sieht ganz cool aus alles. Aber wie so Apple-Logo auf deinem PC. Aber ist ein cooles Setup. Hier nochmal eine andere Ansicht. Oh mein Gott. Das ist eines der besten Setups. Guckt euch das an. Noah. Das ist ein neuer Zuschauer. Den recognize ich. Ein Bildschirm. Er folgt... Digga, was? Oh, er folgt vier Leuten. Wow, ich fühle mich geehrt, dass du nur mir folgst. Pete's Meat Instant Gaming und Polizei Dreamy. Cool. Okay, also er hat erstmal ein fettes Racing-Setup. Das ist echt geil. Also ein Racing-Gamer quasi. Cool. Hades. Wow, Schmortis. Übelreich, Alter. Jantube hat hier zwei Bildschirme. Zwei VR-Schlaufen. VR-Headset. Großes Mousepad. Drohne. Controller. Bett daneben. Er hat PC auf Tisch. Er hat Cam. Das Einzige, was mich stören würde, wäre, dass das Mikrofon die ganze Zeit vor seinem Gesicht ist und er da drum greifen muss. Aber ansonsten, sehr gutes Setup. Gefällt mir. Zwei Bildschirme. Erhöhte Ebene hinten. Pokale. Was das Zeug hat. Alter, was hast du denn alles erreicht, Bro? Mini-Greeper. Guck mal, wie süß. Er hat seinen Skin als Hintergrund. Er hat hier Grip-Tape irgendwie. Mousepad sieht ein bisschen komisch aus. Und es stört mich ein bisschen, dass dein Mousepad so ganz leicht auf einer Seite nur unter der Tastatur ist. Aber ansonsten gefällt es mir sehr gut. Das sieht cool aus. Er hat, Digga, lila, weiß, violett. Geil. Welches Setup hat gewonnen? Wer ist der Sieger des Setups? Fenstermann hat das letzte Mal gewonnen. Ich glaube, Bullet ist der Winner. Er hat alles, was man braucht. Fußstütze. Zack, zuck, zick. Cable Management. Alle Bildschirme, die man braucht. Das hier ist der Sieger. Das ist ein guter Setup, ey. Vielen Dank fürs Mitmachen. Fuß, Digga.